Um ein guter Kartenkünstler zu sein, ist es von Vorteil, wenn man drei Fähigkeiten hat. Erstens Talent, zweitens ein sehr, sehr, sehr gutes Gedächtnis und drittens, fällt mir jetzt gerade nicht ein, gut, aber wenn man zum Beispiel jetzt die vier Asse aus einem Kartenspiel heraus produzieren möchte, dann braucht man nichts weitermachen, als ein bisschen abzuheben und mit etwas Glück kann man die Asse innerhalb von vier Sekunden produzieren. Ungefähr in der Mitte abheben, 21, 22, 23, 24 und die vier Asse sind da.